Hallo zusammen, hier ist wieder euer Teller, und schon wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement-Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein Achievement, das wir unter Erkunden finden, dann Dracheninseln, und hier haben wir den Erfolg, uralte Steine, der Ebene von Onara, und da müssen wir wieder insgesamt fünf uralte Steintafeln finden, die einmal anklicken, dann können wir uns einen kleinen Text durchlesen oder auch nicht. Für das Achievement müssen wir sie quasi nur einmal anklicken. Beim ersten bin ich gerade auch schon, ich bin jetzt hier auf den Koordinaten 67, 43, und dort haben wir schon eine Tafel, und die können wir einmal anklicken, und tada, da haben wir schon den ersten Text, und damit auch fürs Achievement schon mal 1 von 5 abgehakt. Ich zeige es nochmal kurz auf der Map, also hier unten direkt an dem Fluss dran. Dann sind wir am nächsten Spot, und zwar befinde ich mich jetzt hier vor einer Höhle auf den Koordinaten 43, 57, und dort haben wir die Knollkriege drin, also die Tafel dazu zumindest, also ihr seht, hier sind wir direkt an dem Fluss dran. Dann geht es einmal hier in diese kleine Höhle rein, und hier hinten rechts haben wir die Tafel mit dem Knollkriegen. Oh, da geht gar nichts auf. Doch, hier haben wir es. Dann haben wir hier den nächsten Spot mit Windholzwasser, und da sind wir jetzt auf den Koordinaten 38, 66, hier in diesem kleinen See unten. Und zwar sind da mehrere so Tafeln, ihr müsst quasi ein bisschen rumlaufen. Die hier könnt ihr nicht einklicken, das hier ist dann die richtige. Und dann, ja, sind es nur noch zwei Stück. Dann haben wir jetzt hier hinter mir die Smaraggrünen Träume, und die befinden sich einmal hier unten auf den Koordinaten 32, 51. Die klicken wir auch mal an. Und dann fehlt jetzt nur noch eins. Dann sind wir beim letzten Spot, und zwar haben wir hier die Tafel Eure Träumerin. Und die ist jetzt nur ein paar Meter weiter, hier auf den Koordinaten 24, 65. Die können wir dann auch noch anklicken. Und tadaa, sind wir auch schon wieder mit dem Achievement fertig. Und ja, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich an der Stelle. Wenn ihr die anderen Tafeln in den anderen Gebieten auch noch braucht, da werde ich auch noch Videos zu erstellen. Könnt ihr dann gerne reinschalten. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.